Ich nahm gerade ein interessant aussehendes Buch aus dem Regal, als ich plötzlich ein Gesicht sah, das mich anschaute. Moment mal. Oh Gott. Nicht er. Schnell versteckte ich mein Gesicht hinter einem Buch. Aber es war zu spät. Er hatte mich schon gesehen. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Jetzt sah ich noch erbärmlicher aus. Ihr fragt euch sicher, warum ich diesen Kerl verzweifelt versuche, aus dem Weg zu gehen. Nein. Naja, das war nicht irgendein Kerl, sondern mein Ex-Freund Owen. Der Tag war so gut wie ruiniert. Oh, hi Owen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ähm, bist du alleine hier? Oh nein, ich bin mit meiner Freundin hier. Da ist sie ja. Hey Babe, ich bin hier. Ich drehte mich um und, herrje. Mein Tag wurde gerade von schlecht zu katastrophal. Wie um alles in der Welt sind die beiden nur zusammengekommen. Ja, ich kannte das Mädchen. Sie ist Milla. Meine Stiefschwester. Okay, lasst mich euch von ihr erzählen. Bevor wir Stiefschwestern wurden, gingen Milla und ich auf dieselbe Highschool. Aber wir standen uns nicht besonders nah. Aber aus heiterem Himmel kamen meine Mutter und Millas Vater irgendwie zusammen und heirateten sogar kurz darauf. Ich versuchte freundlich zu ihr zu sein. Aber egal, was ich tat, sie blieb mir gegenüber kalt und unfreundlich. Sie verbot mir sogar, irgendjemandem in der Schule zu erzählen, dass wir nun eine Familie waren. Und sie fing an, mit mir zu konkurrieren. Im Sport, bei Tests, einfach bei allem. Dann eines Tages, nach ein paar Monaten des Zusammenlebens, informierte sie unsere Eltern, dass sie zu ihrer Mutter ziehen und die Schule wechseln würde. Warum, fragt ihr? Nun, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, mit mir zusammenzuleben. Ich will nicht lügen. Es tat wahnsinnig weh, als sie das sagte. Ich war immer nett zu ihr gewesen. Aber gut, wenn es das ist, was sie wollte, dann war das eben so. Und wie ich schon sagte, der Typ da drüben ist mein Ex. Owen, wir waren zusammen, als ich in der 10. Klasse war und er in der 11. Aber dann hat er mich aus dem lächerlichsten Grund aller Zeiten abserviert. Damals habe ich eine strenge Diät gemacht. Jedes Mal, wenn wir essen gingen, bestellte ich einen deprimierend aussehenden Salat. Und Owen bestellte sich einen leckeren Hamburger mit Pommes. Also klaute ich mir immer ein oder zwei Pommes von seinem Teller und ein paar Bissen von seinem Burger. Aber ich meine, Teilen ist doch etwas völlig Normales in einer Beziehung, oder? Aber naja, Owen sah das anders. Also hat er einfach so mit mir Schluss gemacht und ist aufs College gegangen. Aber jetzt war er für die Sommerferien wieder in der Stadt und ging anscheinend mit meiner Stiefschwester aus. Oh, hey, Emi. Er lange nicht mehr gesehen. Ach ja, ich hoffe, es macht dir nichts aus. Aber ich bin jetzt mit Owen zusammen. Oh, wie sehr ich ihren Sarkasmus hasse. Und musste sie sich auch noch an seinem Arm festhalten und sein Haar streicheln? Was ist mit dir, Emi? Triffst du dich im Moment mit jemandem? Auf keinen Fall wollte ich ihnen sagen, dass ich Single war. Das wäre so peinlich. Also spielte ich mit meinen Haaren und fing an, mit meinem fantastischen älteren Freund zu prallen, einem reifen Mann, der das Gesicht eines Filmstars und den Körper eines Calvin Klein Models hat. Zwischen Millers Augenbrauen begann sich Falten zu bilden. Haha, das hast du nun davon. Aber dann sagte Owen plötzlich, Großartig. Wie wäre es mit deinem Doppeldate morgen Abend? Was? Das ist eine tolle Idee, Babe. Ich will den Glückspilz treffen, der das Herz meiner Schwester gestohlen hat. Haha. Oh mein Gott, sie meinten es tatsächlich ernst. Ach, ich hatte keine andere Wahl als zuzustimmen. Verdammt, wo sollte ich bis morgen einen gutaussehenden älteren Mann finden? Emi, versuchst du den Tisch etwa wegzuputzen? Ups, ich war so mit meinem Dating-Dilemma beschäftigt, dass ich gar nicht gemerkt hatte, dass ich seit 20 Minuten denselben Tisch säuberte. Hey, aber wartet. Ich sah mir das Gesicht meines Managers genauer an. Jake ist gut aussehend, älter als ich und er ist Single. Mein Gott, ich hatte meinen falschen Freund gefunden. Jetzt musste ich ihn nur noch überreden. Aber er war viel zu ernst, um mir in dieser blühen Situation zu helfen. Hm, ich wusste, dass er auf der Suche nach seiner perfekten Freundin war. Denn ich hatte gehört, wie er sich ständig über die katastrophalen Dates beschwerte, die er hatte. Das passte perfekt in meinen Plan. Nachdem wir das Café geschlossen hatten, bot ich mich an, aufzuräumen, damit ich eine Ausrede hatte, um länger bei Jake zu bleiben. Ähm, hey Jake. Mein Freund Owen hat eine intelligente, hinreißend aussehende Schwester, die ich dir gerne vorstellen möchte. Zuerst war er nicht interessiert. Aber dann zeigte ich ihm Millas schönstes Bild. Heiliger Bimba, das ist seine Schwester? Oh Mann, warum so überrascht? So hübsch war Miller nun auch nicht? Was soll's, wenigstens hatte ich seine Aufmerksamkeit. Ich fragte ihn, ob er Lust auf ein Doppeldate hätte und er war sofort einverstanden. Jawohl, Jackpot. Mein Plan hatte also funktioniert. Das einzige Problem war, dass mein falscher Freund dachte, er hätte ein Date mit Miller und ich wäre mit Owen zusammen. Obwohl sie in Wirklichkeit beide zusammen waren. Aber keine Sorge, das würde ich schon schaffen. Richtig? Wir gingen für unser Doppeldate zum Bowling. Jake fand sofort Gefallen an Miller und versuchte, sie mit seinen Bowling-Künsten zu beeindrucken. Ich hingegen war eine Niete beim Bowling und wurde ständig von Owen gehänselt. Als er dann an der Reihe war und sich beim Wurf verschätzte und die Kugel direkt in die Rinne warf, hatte ich jede Menge Spaß dabei, ihn zu ärgern. Um ehrlich zu sein, macht es mir wirklich Spaß, mit ihm herumzuhängen. Mal ganz von seinem Aussehen abgesehen, er war mit der Zeit definitiv hübscher geworden. Plötzlich war ich wieder an der Reihe und Owen fragte mich, ob ich wollte, dass er mir zeigt, wie man eine Bowling-Kugel richtig wirft. Ich sagte zaghaft ja. Also stellte er sich hinter mich. Berührte meine Hand und zeigte es mir. Oh mein Gott, mein ganzer Körper erhitzte sich und ich konnte spüren, dass auch Owen rot wurde. Wartet mal, ich glaube, ich hatte immer noch Gefühle für ihn. Miller hatte ihn nicht verdient. Er sollte lieber mit mir zusammen sein. Insgesamt war das Doppeldate ein großer Erfolg. Jake hatte keinen Verdacht geschöpft. Und nicht nur das. Er half mir auch, Miller von Owen fernzuhalten, damit ich eine Chance hatte, ihn zurückzugewinnen. Aber dann, ein paar Tage später, erzählte Jake mir, dass er Miller wirklich mochte und fragte mich, ob ich ein Date mit ihm arrangieren könnte, aber dieses Mal nur zu zweit. Was? Er mochte Miller also wirklich. Natürlich konnte ich sie nicht verkuppeln. Das war unmöglich. Denn Miller war mit Owen zusammen. Also schlug ich widerstrebend ein weiteres Doppeldate vor. Er stimmte zu, aber dieses Mal bestand er darauf, dass wir zu einem romantischen Abendessen ausgingen. Na gut. Zuerst war alles in Ordnung. Aber dann legte Owen seinen Arm um Miller, während sie ihm etwas von ihrem Kartoffelpüree zum Probieren gab. Ich schaute zu Jake hinüber und sah den verblüfften Blick auf seinem Gesicht. Ich musste die beiden schnell trennen und bat Miller, mit mir auf die Toilette zu gehen. Oh, Owen ist so ein toller Typ. Er ist so rücksichtsvoll und behandelt mich immer wie eine Prinzessin. Oh, sie war wirklich nervig. Naja, genieße ihn, solange du kannst, denn er wird bald wieder mir gehören. Als ich aus dem Bad kam, rannte Jake auf mich zu und zerrte mich in eine Ecke. Owen und Miller verhalten sich wirklich seltsam, findest du nicht? Versteckst du etwas von mir? Was meinst du? Ähm, das würde ich nie tun. Sie sind nur Geschwister, die sich sehr mögen. Das ist alles. Ach, übrigens, ich habe mit Miller im Bad gesprochen und sie findet, dass du ein toller Typ bist. Das war natürlich eine große Lüge. Und wenn ich Pinocchio gewesen wäre, wäre meine Nase sicher so lang wie ein ganzer Baseballschläger geworden. Aber wenigstens kaufte mir Jake meine Lüge ab. Der sah wirklich begeistert aus. Kurz darauf gingen wir zurück an den Tisch und setzten dieses wirklich peinliche Abendessen fort. Plötzlich fingen Owen und Miller an, sich gegenseitig Butterblume, Schnuckelchen und andere eklige Spitznamen zu nennen. Jake und ich saßen einfach nur da und machten peinlich berührte Gesichter. Hey Miller, du und Owen, ihr scheint euch ziemlich nahe zu stehen. War das schon immer so? Natürlich. Wir können einfach nicht genug voneinander bekommen, nicht wahr, Süßer? Sie schaute Owen mit verträumten Augen an und küsste ihn auf die Wange. Ja, auf die verdammte Wange. Ich sah zu Jake hinüber und ja, er sah so entsetzt aus. Aber vielleicht hat er ja trotzdem noch nicht gemerkt, dass sie keine Geschwister waren. Ach, wem machte ich hier eigentlich was vor? Natürlich hat er es herausgefunden. Nach dem Doppeldate schrie er mich an, weil ich ihn reingelegt hatte. Ich erklärte ihm, dass ich Owen wirklich mochte und dass ich versuchte, ihn zurückzugewinnen. Was ist mit dir? Magst du Miller? Jake dachte eine Minute lang nach und nickte dann. Er mochte Miller wirklich. Sehr sogar. Also schlug ich vor, dass wir uns zusammentun sollten, um das Paar auseinanderzubringen. Und Jake war einverstanden. Ich erzählte Jake, dass Miller sich für Fotografie interessierte und auch eine professionelle Ausrüstung hatte. Also schickte er ihr eine Nachricht und fragte, ob sie Fotos von dem Kaffee für seine Online-Seite machen könnte. Und Miller hat ja gesagt. Währenddessen verwandelte ich mich in einen kleinen Stalker und folgte Owen, nur damit ich ihn zufällig in der Bäckerei anrimpeln konnte. Dann aßen wir ein paar Croissants zusammen und unterhielten uns über die alten Zeiten. Ich dachte, es würde Spaß machen, einen ganzen Tag mit Owen zu verbringen. Aber nein, ganz im Gegenteil. Es wurde bald ziemlich langweilig. Irgendwie sogar nervig. Wie sich herausstellte, hatte sich seine Persönlichkeit überhaupt nicht verändert. Er hielt sein Essen immer noch von mir fern und erzählte immer noch die lahmsten Witze. Hört euch das an. Wie nennt man einen traurigen Kaffee? Einen Depresso. Jetzt bereue ich es, ihm diesen Kaffee gekauft zu haben. Vielleicht sollte ich das noch einmal überdenken. Ich meine, will ich diesen langweiligen Typen wirklich zurück? Dann erzählte er mir, dass er eine besondere Überraschung für Miller plane, die er mit mir beim Abendessen in seiner Wohnung besprechen wolle. Als ich in der Küche war und ihm beim Kochen half, stürzte er sich plötzlich auf mich und versuchte, mich zu küssen. Na, was? Ich war so erschrocken, dass ich ihm ein paar Karotten ins Gesicht geworfen habe. Oh mein Gott, mein Plan hatte tatsächlich funktioniert und Owen hatte sich in mich verliebt. Und was ist mit Miller? Ich dachte, bei diesem ganzen Treffen ging es um eine Überraschung für sie. Und das war der Moment, in dem Owen mir reinen Wein einschenkte. Er hatte gar keine Überraschung für Miller geplant. Das war nur ein Trick gewesen, um mich hierher zu bekommen. Außerdem stellte sich heraus, dass unser Treffen im Buchladen kein Zufall gewesen war. Owen hatte mich gestalkt. Was? So ein Verrückter. Er wusste auch, dass Miller meine Stiefschwester war. Also hat er sich absichtlich mit ihr getroffen, um mich eifersüchtig zu machen. Amy, du bist es, die ich liebe. Du warst es schon immer. Was? Als ich ihm das Sagen hörte, bekam ich eine Gänsehaut. Nun, zumindest eine Sache war jetzt sicher. Jegliche Gefühle, die ich für ihn zu haben glaubte, hatten sich zu 100% verflüchtigt. Es war ein großer Fehler, dich gehen zu lassen. Bitte komm zurück zu mir. Miller bedeutet mir nichts. Sie ist mir völlig egal. Oh wow, Owen ist wirklich ein riesiger Idiot. Wie konnte er es wagen, Millers Gefühle so auszunutzen? Oh, ich musste sie warnen. Aber bevor ich das tat, musste ich ihm meine Meinung sagen. Lass mich das klarstellen. Ich bin nur zu einem Doppeldate mit euch gegangen, weil ich nicht gegen Miller verlieren wollte. Sonst nichts. Darf ich dich daran erinnern, dass du der Idiot bist, der sich von mir getrennt hat? Oh, und deine Witze sind wirklich lahm. Und das war's dann. Owen stand nur da mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Und ich ging. Ich rannte direkt in den Kaffeeshop, in dem Miller war, und platzte mit der ganzen Wahrheit heraus, dass Owen sie nur benutzte, um mich eifersüchtig zu machen. Ich kann nicht glauben, dass du es schon wieder tust. Was meinst du damit? Tu nicht so unschuldig. Du stierst mir meinen Freund. Schon wieder. Hä? Was bitte meinte sie denn mit schon wieder? Es stellte sich heraus, dass Miller damals in Owen verknallt gewesen war. Als Owen und ich anfingen, miteinander auszugehen, wurde sie richtig wütend. Und deshalb war sie immer kalt zu mir. Das wusste ich nicht. Das schwöre ich. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie mit ihm ausgegangen. Ach, hör doch auf. Ich weiß, du kannst es nicht ertragen, gegen mich zu verlieren. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich gab auf. Mit ihr zu reden war sinnlos. Doch dann meldete sich plötzlich Jake zu Wort. Müller, sie will dich nur beschützen. Wenn du ihr egal wärst, würde sie dich einfach mit diesem Idioten zusammen sein lassen. Aber nein, sie hat ihr die Wahrheit gesagt, obwohl sie wusste, dass du wahrscheinlich so reagieren würdest. Denn das ist es, was Schwestern tun. Sie beschützen sich gegenseitig. Müller schwieg eine Weile. Aber dann wurde ihr klar, dass Jake recht hatte. Also setzten wir uns zusammen und führten ein langes, ernstes Gespräch. Es wurde gelacht, geweint und viel heiße Schokolade getrunken. Aber am Ende schienen wir uns endlich zu verstehen. Das war's also. Nach all dem Drama legten Müller und ich unsere Fede beiseite und versöhnten uns. Zuerst war Müller ziemlich traurig darüber, was Owen ihr angetan hatte. Aber zum Glück war Jake für sie da und sie öffnete sich ihm bald und ihre Beziehung entwickelte sich. Und jetzt sind sie ein Paar. Juhu! Was mich betrifft, so bin ich zwar immer noch Single. Aber damit komme ich klar. Die Hauptsache ist, dass Müller und ich uns nach all den Jahren des Hasses und des Konkurrenzkampfes wieder versöhnt haben. Ich habe zwar keinen Freund, aber ich habe etwas Besseres. Ich habe meine Schwester zurück. Ich habe meine Schwester zurück.